Moin Holstein-Fans, ich bin Mikkel hier. Vielleicht kennt ihr mich noch ein bisschen, aber ich bin sehr froh, noch mal hier zu sein und erwartet auf euch im Holstein-Stadion. Ich habe letzte Woche die Ausschlüsse, der Vertrag in Polen auslöst und ich bin wieder froh, dass ich hier sein kann. Wenn ich hier in die Tür gehe und hier in die Stadt gehe, dann fühle ich mich zu Hause und ich bin sehr froh, dass ich noch mal die Chance habe, hier im Fußball erfolgreich zu sein. Ich habe noch nicht eine Wohnung hier in Kiel. Glücklicherweise habe ich sehr gute Freunde hier. Einer von denen ist Holmberg Fred Jonsson und ich habe bei ihm die letzten zwei Tage geschlägt. Das war sehr schön. Ich bin bereit für das Spiel. Ich bin ganz fit. Ich habe hier am Samstag trainiert und fühle mich ganz gut an und bin bereit für alles. Der Eindruck war super. Die Mannschaft ist ganz positiv. Alle sind auf einem guten Weg und ich habe auch Spiele geguckt. Super Spieler alle. Ich glaube, wenn ich in die Kabine bekomme, dann ist alles positiv, überall. Es ist einfach geil, hier zu sein mit dieser Positivität. Mein Ziel für diese Rückrunde ist, dem Team so gut wie möglich zu helfen, dass ich wieder positiv sein kann. Ich habe alles gegeben, jeden Tag. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Deswegen will ich alles geben, jeden Tag, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Bis zum nächsten Mal.